Jo meine Freunde und herzlich Willkommen hier ist euer Stridersteam und heute geht es um das Thema über das neue Update auf dem Kanal. Also die Arme, jeder weiß den neuen Job, eine Hackerin, die kostet 1200 V-Bucks und natürlich ein Schallkreiskiller. Dazu passt der Hängekleider, Hauptsystem und Hacktechnik. Für 500 V-Bucks kriegt ihr den Hängekleider und 800 für das Ende Werkzeug. Los, lasst es regnen, das habe ich schon im Besitz. Und dann, äh, Bill, ja. Dann könnt ihr auch eine Stufe erhöhen. Seelstufen und 100 Sterne für ein Angebot. Für eine begrenzte Zeit kostet es nur noch 900 V-Bucks statt 1500. Gönnt euch! Plus, es gibt wieder diese C-Profis. Alle kosten 1500 V-Bucks. Dann gibt es noch das Erntewerkzeug. Spitz-Hanker. Kostet auch 1200. Und der Liebeschwerger wieder mal im Angebot für 2000 V-Bucks. Und als Entschuldigung von Epic Games, kriegen wir natürlich einen neuen Kostlaube. Das ist ein Rücken-Aggotor. Und man kann dann gerade kostenlos holen, für eine begrenzte Zeit. Also holen wir ihn mal und weiß, kostenlos ist ein Item. Also gut. Haben wir mal ein Rücken-Aggotor. Also gut. Das war, ist das neue Kostlaube. Also gut. Das war, ist das neue Kostlaube. Das war, ist das neue Kostlaube. Dann gehen wir gleich in den 3-Modus von Werte die Welt. Aktuell haben wir ja nun Beutel-Aggotor für Lamas. Ein Neues, welches ist dieses Kostlaube-Storm-Lama. Überlast sich weiß ich noch nicht. Und natürlich sind wir auch zweimal den Kostlaube zu treffen. Also na dann, schaffe ich mir die. Aieee. Ach, meh. Mein Name hat zu mir nur Müll raus. Ich darf noch mal was aussuchen. Das wird ja wohl aussehen bei dir. Wauw! Wow, ich hab wieder Helden gefällt. Und natürlich ein Update-Lama. Könnt ihr auch ein Staffeln? Oh, ich bin aus Metall. Oh Gott. Oh, ich hab wieder ein paar Haufen. Ah, ja, 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 genau. Oh, ich hab wieder Helden. Oh, ich hab wieder Helden. Oh, noch mal ein paar. Oh, ich hab wieder Helden. Ihr habt die Wahl. Oh, ich hab wieder Helden. Oh, ich hab wieder Helden. Oh, ich hab wieder Helden. Guck mal. Oh, ich hab wieder Helden. Oh, ich hab wieder Helden. Oh, ich hab ihn geschrieben. Musik 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 Es fällt noch aus, endlich da knurren. 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 Es fällt noch aus. So meine Freunde, das machen wir noch eine Runde davon. Es fällt noch aus. Es fällt noch aus, endlich da knurren. Es fällt noch aus, endlich da knurren. Es fällt noch aus, endlich da knurren. Okay, Kommandant, wenn du überleben willst, dann... Wo sind wir? Jemand hat unser Transportsystem manipuliert. Oh, warte, das war ich. Komm hier aus, Kevin. Wow! Warum sind wir in der Wüste? Hey, sei vorsichtig da draußen, Kommandant. Es geht nur ums Überleben. Es geht nur ums Überleben. Wir müssen nur sieben Tage und sieben Nächte überleben. Auf die Plätze, fertig, überleben. Wir müssen einen Generator aufstellen. Na bitte, stelle den Generator auf. Mach dich bereit. Die Nacht bricht herein. Schick ruhig ein paar mehr. Meine Bärz, meine Freunde. R� пом dniない, weil wir sim Bier nicht mehr sehen. Raten so weiter aus. Mach dich auf, 짜 in den bis 30. Schicksal. poi weg. Aus, mindverら LED listener, haltät oder mit. Ich gehe rồi. Das ist ja nur noch. Lassen Sie Termin disposable ist, dass du schon ist. Was ist das? Was ist das denn ein Arbeiter? Was ist das? 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 in dem Video Ich hab ne Wamska, also dann Nach oben! Hey! Die haben wir gerade erst gebaut! Das ist eine Slytherin mit Split Level 55 ist loll! Seid ernst? Ich wünschte, ich könnte. Ich kann nicht. Ich brauche dich auch. 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 Die Generatoren werden angegriffen. Kaffelschrug! Und noch einer! So unheimlich! Nach oben! Nach oben! Nach oben! Lass unsere Festung in Ruhe! Halt ins Gesicht! Halt ins Gesicht! Halt ins Gesicht! Halt ins Gesicht! Ich kann es. Ich wünschte, ich könnte. Ich kann es. Ich kann es. Höhenwesen! Höhenwesen! Es tut mir leid. Höhenwesen! 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 Die Lachen ist fast vorüber. Hinsverweiter! Weg! Nach oben! Hier ist das. Hier ist das. Hier ist das. Es ist Tag. Lass uns alles der Barriere wieder aufbauen. Ein Generator kann aufgerüstet werden. Wir müssen den Generator vor Einbruch der Nacht aufrüsten. Du hast neue Ressourcen erhalten. Weg! Sturmgarten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Doppelsprung! Puh! Ha-ha! Pupa! Ha-ha! Doppelsprung! Weg! Ha-ha! Ha-ha! Ah, kann man das kaputt machen? Ah-ha! Ich wünschte, ich könnte... Bleihaltig! Ah-ha! Was ist das? Ja, 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 ja. Nach oben! Puh! Haha! Hi, Höhengegen! Ja? Haha! Mach dich bereit! Die Nacht bricht herein! Der Mord ist nach Thunder, oder? Ja! Ha! 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 Hey! Unsere Festung wird beschädigt! Ja! 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 Ich nehme Hashtun! Ich nehme Phwanda! Wir nehmen Schaden. 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 Schaden. Nach oben! Ich glaube, die mögen uns! Okay, I'm fucking on the other hand. Sturmdaten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Wie wird 1,000-1,000-1,000 von A1 habe ich selber zu viel. 1,000-1,000. Mach dich bereit. Die Nacht bricht herein. Nach oben! Äh, unsere Festung wird angegriffen. Die Nacht bricht. Die Nacht bricht. Die Nacht bricht. Die Karte werden angegriffen. Die Nacht bricht. Ha! Ha! Doppelsprung! Doppelsprung! Da kommen die Idioten! Doppelsprung! 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 Ah, ich kann nicht. Tut mir leid. Ah, ich kann nicht. 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 Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ah, ich kann nicht.